ARD Text im Auftrag von Funk Leone, das ist doch nicht finnisch. Das ist italienisch. Woher kommt das? Von meiner Vaters Seite. Das ist aber doch finnische Flage auf dem Liebchen. Ja, meine Mutter ist von Finnland. Kannst du den finnisch? Ja. Hast du von dir gewohnt? Gewohnt habe ich nicht, aber ich war auch schon in der Fähre. Hattest du im Falle der Santala am Anfang helfen? Sehr, ja. Wie lange hast du deine Frisur gemacht? Nicht lange, ein paar Minuten. Heute warst du aber noch schneller? Heute war es schneller. Was ist mit dem Bart passiert? Ja, ich habe die Idee vergessen. Als Italiener sollst du doch behaart sein. Ja, was kommt von der finnischen Seite? Von wem hast du die blauen Augen? Von meinen Eltern. Kommt das Gute an der Frau? Nein, nur bei meiner Freundin. Du bist Walliser, oder? Genau. Wo hast du dein Dialekt? Ich spreche Französisch zuhause. Und Deutsch? Oh, nicht in der Schule gelernt. Und du kannst aber weines fließt nicht? Ja, ich denke es schon. Hast du lieber Bier oder Wein? Lieber Wein. Und du als Walliser dein Lieblingsessen hast? Ja, das ist es. Wie lange hast du vor dem Spiegel? Ja, nicht so lange. Wie lange? Ja, auf 5 Minuten bin ich meistens fertig. Du warst immer so ein geiles Teil. Schaust du fest auf dich aus? Schon ziemlich, ja. Von woher kommt er? Ja, meine Freundin zum meisten meine Kleider auswählen. Aber du würdest sagen, du bist der grösste Teil der Garderobe? Nein, der bist doch du. Ja, nein, wir sind Stay trauen. Jaz,一下 Leibhaus noch! Hyg charger! und leider beart不到 und wir daraus entstehen. Ja, wir sind die größte Teil derқтора Reîleㅋㅋㅋ Sicherung. Nee, wir wissen wir an einer anderen больше. Vielen Dank.